Bezahlbare Wohnungen sind vor allem in Ballungsgebieten immer schwerer zu finden. Abhilfe soll die Mietpreisbremse schaffen. Sie soll über mehrere Jahre heftige Preisanstiege verhindern. So funktioniert die Mietpreisbremse. Wenn eine Wohnung wiedervermietet wird, darf die neue Miete die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um 10% übersteigen. Über die ortsübliche Vergleichsmiete gibt der örtliche Mietspiegel Auskunft, alternativ Datenbanken von Vermieter oder Mieterverbänden. Wo gilt die Mietpreisbremse? Sie gilt nur in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt. Dafür gibt es vier Indikatoren. Erstens, wenn die Mieten deutlich stärker steigen als im bundesweiten Schnitt. Zweitens, wenn die Mietbelastung deutlich höher ist als der bundesweite Schnitt. Drittens, wenn die Bevölkerung wächst, ohne dass neuer Wohnraum entsteht. Oder viertens, wenn ein geringer Leerstand bei hoher Nachfrage besteht. Diese Wohnungen sind betroffen. Die Mietpreisbremse greift bei Neu- und Wiedervermietungen, aber nicht bei laufenden Mietverhältnissen. Auch bei Neubauten und nach einer umfassenden Sanierung gilt die Mietpreisbremse nicht. Das soll Investitionen in den Wohnungsmarkt fördern. Wie können Mieter ihre Rechte durchsetzen? Der Mieter muss nicht mehr darlegen, warum die verlangte Miete seines Erachtens zu hoch ist. Um zu viel gezahlte Miete zurückzuverlangen, reicht eine einfache Rüge. Wer vor Gericht gewinnt, soll zu viel gezahlte Miete vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses an für einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren zurückbekommen können. Nicht erst ab Zeitpunkt der Rüge. Vermieter müssen vor Vertragsabschluss unaufgefordert und schriftlich darüber informieren, ob sie eine Ausnahme von der Mietpreisbremse geltend machen. Zeigt die Mietpreisbremse Wirkung? Laut einer DIW-Studie sorgt die Mietpreisbremse für eine moderate Verlangsamung des Mietpreisanstiegs um zwei bis vier Prozent. Befürchtungen, dass Instrumente mit dem Neubau von Wohnungen bestätigen sich laut Studie nicht.